Was ist denn jetzt? Halt die Klappe! Bitte? Du sollst die Klappe halten! Du sagst mir nie mehr, was ich zu tun habe. Was ist das? Es ist genau das, was die wollen. Was redest du da? Oh, wenn wir die Sache nicht gemeinsam zu Ende bringen, haben wir keine Chance. Es ist nicht meine Schuld, dass es vorher schief gegangen ist. Deshalb darf jetzt nichts mehr daneben gehen, klar? Ich weiß nicht, ob ich dir noch vertragen kann. Ich glaube nicht, dass du eine Wahl hast. Ich Remember das nicht wahrgenommen! Ich habe das. Ich bin alle, wie ich es marsh saudierte! Ich bin alle, wie ich nicht verstehe. Das ist klar! Untertitelung des ZDF für funk, 2017